Willi say you do it with where I'm from Oh, na gut Wie komm ich nach der Selbstschutzanlage vorbei? Hm Da ist ja bestimmt noch was, na warte mal, ich muss nur um die Ecke gucken Da wird ja nicht irgendwo ne Selbstschutzanlage einfach nur nirgendwo rumstehen Hör mal ein Ho, oder? Ich speichere mal Oh Lässt mich auf jeden Fall Ruhe jetzt, oder? Wurde wo ich jetzt hinkomme Hey Und jetzt? Moment mal Ich thema Hey Ah Halloween Nee, da ist nicht der Tank, oder? Auch Laura Ja wie soll man sie denn auch sonst zerstören, ne? Alles klar So macht mein Geschütz kaputt Alles klar Na gut Kann man mal machen So und was hat mir jetzt hier gebracht Granaten Na super Kann ich jetzt von hier hinten da hoch springen Tatsache Geht hier hoch Warte mal ich glaub ich hab den Weg jetzt raus Diese eine Treppe da Wo der Speed da hoch ging Aber es hat nicht funktioniert Wo dieser Kummige Stier da auch ist Kann es sein dass ich mein Motorrad aufpeppen muss Und dann da hoch muss Ich schätze mal weil Ich kann mal nicht da hoch Ich hab dann mal probiert Na ja Gehen wir jetzt mal hier weiter Was ist das hier für ne Atmosphäre Kann man mal speichern Feuer Alles klar Okay Ja Ich glaub ich sollte nicht da lang gehen Hier kann man kriechen Okay Ich hätte zumal Wir kommen wieder hinter das Geschütz Ich hab's Ja sehr schön Sehr schön Da ist direkt ein Typ auf mich wartet Da Hm Hm Das war's für heute. Und dann da liegt das Minikiss. Das ist ja ungünstig. Ne, da komm ich nicht dran. Scheiße. Ach mann. Minikiss hab ich gebrochen jetzt. Wo soll ich jetzt hin? Ach da. Man, das Kiste sieht so versterbar aus. Ach, hier ist ja etwas. Wie Kiste ist das so, keine Ahnung, so in Texturen wird mal wieder so herausgeschnochen. Warum mach ich jetzt hinsetzen? Und jetzt? Okay. Hm. Ich bin das nicht so schön. Ich bin das nicht so schön. Ich bin der Falle selbst noch mit einem. Ich bin der Falle selbst. Soll ich jetzt hier lang? Och Mensch... Wie geht das denn nicht? Ah, ist wahrscheinlich so... Wow... Ist wahrscheinlich nicht tief genug... Hm... Sprechen wir nochmal... Ach... Wann rum? Oh Gott... Ne, ne, ne... Soll nie an mich drauf fallen... Ach Gott... Ich glaube das soll ich nicht tun... Ah... Ich geh mich erstmal in die Richtung... Vielleicht komm ich ja hinten an ihn ran... Ja, bleib halt mitten drin stehen Lara... Das ist sehr gut... Oh, was haben wir denn hier? Ne... Ne... Card Key... Mehr nicht... Na super... Ah... Ah... Ja... Super... Aua... Greif mich hier bitte... Warte mal... Ich hab mal so ne... Card Key... Waffen... Gott... Ja... Ich glaube... Ich hab's... Als Geschütze wird mich jetzt nicht mehr angreifen... Weil ich die Karte ab... Ja... Wie ich's mir gedacht hab... Alles klar... Rauch trifft mich hier um... Hm... Ist klar... Oh... Hm... Gott... Irgendwann... Minikids... Ne... Es zieht auf mich... Aber... Es zieht, dass ich halt keine... Ähm... Dings habe, ne... Oh... Es ist ein Minikid... Dass ich halt eine... Waffen Key habe... Deswegen... Schieß es nicht auf mich... Haha... Du kannst nicht mal... Was soll ich jetzt... Ach... Hier ist noch so ne Kiste... Ach... Ich brauche ja... Ich brauche ja... Noch irgendwas... Ich denke mal... Nicht, dass ich das Gas einfach... Im Auto einfüllen kann... Und... Im Motorrad... Ist hier... Irgendwas... Kann ich hier irgendwas machen? Warte mal... Da ist da was, oder? Oh man... Erzähl nicht... Kann man doch nehmen, oder nicht? Ja... Die Textur, Leute... Ja... Und jetzt... Da haben wir das eventuell... Kombinieren? No... Ja... Mit der Ambros, genau... Ein Druckventil... No... Verteilter... Spezial... Ich glaube dann sind wir hier fertig, oder? Ja... Ich bin drin... Ja... Ich achte jetzt mehr auf die Texturen... Und ja... Das hat halt Silber herausgestochen... Ja... Und da er ja auch gesagt hat, dass wir was zu unserem Motorrad brauchen... Das ist ja auch irgendwie klar, oder? Das ist ja auch irgendwie klar, oder? Ja... Hier... Huh... Da sind wir wohl nicht fertig, was? Ab zum Motorrad... Und... Einen Weg hab ich ja noch, oder? Ich mein... Was ist denn mit? Ja... Kann ich da hoch, oder nicht? Come on... Sehr klein... Das ist ja nicht hoch... Komm ich ja nicht hoch? Hm... 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 Dann komm ich denn sonst auf... Na gut... Das... hab ich nicht... Nero, logar... Absteigen?! Nein. Nein. Das geht doch. Und jetzt? Ich bin das jetzt. Ok. Oh. Warte mal. Nicht jetzt. Also eben nur mitspielen. Das geht jetzt, oder? Ja. Jetzt würde jemanden laufen. Arsch. Hm. Und jetzt? Ich bin runter, oder was? Wat? Ich bin hier runter. Nein. Ich bin hier. Hä? Komm hoch. Hä? What? Nee, ne? Nee. 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 Come on. Akzeptiere ich aber jetzt nicht. Komm schon, Alter. Wirklich? Der Typ? Der vermasselt mir jetzt alles, oder was? Wirklich? Wirklich? Hä? 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 What the fuck? Hier die Schleiche. Wieso kann ich denn wissen, dass ich hier bin? Komm schon. Ach, Lara. Nee. Ach, Lara. Kann doch nicht ernsthaft. Ach, Mann. Das kann ja nicht sein. Kann das echt nicht sein, dass ich hier nicht hochsettern kann. Der Typ bleibt ja nicht ewig in dieser kummigen Moschee da, oder was das ist. What the fuck? Na fuck, ey. Wirklich, ja. Hm. Sind das da oben Rauchmühle, oder was ist das? Oh, was? Ah. Naja, kannst du doch nicht machen, oder? Come on. Nee. Feuer. Oh, nee. Ich hole jetzt Feuer. Ich hole jetzt Feuer. Hm. Ich habe hier nicht meine Ohren. Ich habe hier nicht meine Ohren. Was sind denn die Pfeilchen? Schieb da. Macht ihr hier auch nicht mehr rum, oder was? Will der mich verarschen, äh? So, Penner. Das ist ja, ich weiß noch mehr so nie, oder? So. So lässt er mich. Ja, so lässt er mich. Wow. Warten Penner, aber... Das bringt mir jetzt auch nichts. Oh, Feuer. Könnte ich das nicht... Könnte ich das auch machen? Oh. Alles klar. Na gut. Da kann ja Türen auftreten. Na gut. Okay, ich glaube, was ist da los, wenn wir rauskommen da? Oh, was ein nerviger Typ, ey. Ja, ja, ey. Ähm. Hier ist weg, ne. Oh, ah, ne, ne. Oh. Gott, Alter. Ich dachte, hier ist weggepackt, ey. Hä, hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. Ja, äh, besser könnte... Würde jetzt nicht kommen, ne? Da war ich etwas. Und zwar nicht... Vielen Dank.